So, und damit geht es weiter mit Little Nightmare. Gucken wir mal. Im ersten Part schon ein bisschen gefällt. Gucken wir mal, ob der zweite genauso fählig wird. Gucken wir mal. Okay, wir müssen hier hoch. Müssen wir jetzt da rein oder müssen wir weiter hoch? Wir gucken einfach mal hier rein. Wir sind mal Stalker. Hallo? Ist da jemand? Und wich dich hin. Ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich. Hey, nicht rein in den Schrank. Warum gehst du in den Schrank? Gucken wir den nicht. Ach. Weiß dir nichts. Wieso kann der denn durch die Wand und ich nicht? Der cheatet. Der Wallhack an. Ach so, geht es da oben? Wird er vielleicht oben durch? Ich weiß es nicht. Ich glaube es fast nicht. Aber für was ist denn dieser Kackstuhl? Da oben irgendwas? Ich weiß nicht. Aber vielleicht auch da im Schrank. Aber wir kriegen den Dings doch gar nicht in den Schrank, oder? Und so wird da ein Schuh draus. Ich krieg dich, du Wichtigchen. Kannst mir nicht hinkommen. Ist das ein Knopf? Oho. Okay. Da schlafen zwei Kinder. Und jetzt? Da ist das Wichtigchen. Bleib stehen, Wichtigchen. Wieso rett das denn immer weg? Und was hat das jetzt mit den Kindern auf sich? So. Jetzt gucken wir uns mal die Kinder nochmal an. Ah, hier kann man umschalten. Guck mal einer. Oh, da saß einer. Das ist sozusagen das moderne Fernsehen von heute. Okay, wartet mal. Wir wollen uns hier... Hier kommt immer was anderes. Okay. Jetzt kommt nur noch ein und das gleiche. Selbe. Trugzeug aus. Okay. Okay, das ist so ein Kissen mit irgendwas drauf. Dann gucken wir mal, ob wir das irgendwo finden. Bleib stehen, Wichtigchen. Bleib stehen. Ist das eigentlich so ein bisschen Wegweiser-mäßig? Ja, wie du bohrtest dich weg? Jetzt hör doch auf. Der cheatet. Der kleine Wichtig cheatet. Lass mal da ran springen. Nö. Okay. Darum ist auch das Auge. Alle, hopp. Hopp. Oh, noch mehr Wichtigchen. Komm, wir spielen Ball. Ich will doch nur spielen. Ich will doch nur spielen. Komm, wir spielen... Wir spielen Ball. Ich möchte jetzt Ball spielen. Jetzt sind sie alle weg. Ob wir uns die Pantoffeln anziehen können? Nein. Können wir leider nicht. Wir können Dosen werfen. Okay. Kommen wir hier ran? Nee, dazu brauchen wir bestimmt den Koffer. Kriegen wir den Koffer weggeschoben? Komm. Do it. Do it now. Do it good. Nee, 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 nee. Oh, liegt jetzt der Ball im Weg? Ich hoffe nicht. Oh. Oh. Ich hab was gefunden. Oh, guck dir sich mal das Bild da oben an. Crazy shit. Natürlich können wir jetzt den... Brauchen wir einen Schlüssel. Wo kriegen wir den Schlüssel her? Jetzt müsste ich aber wissen, wo der Schlüssel ist. Kriegen wir die kaputt? Vielleicht sei der Schlüssel drin. Ich befürchte oder vermute... Ist das ein Schlüssel für mich? Schön barfuß durchscherben. So lobe ich mir das. Oh, hier war keiner drin. Tor. Hm. Ähm. Ich möchte jetzt wissen, wo der Schlüssel ist. Was knarscht da? Da ist der Schlüssel. Okay, da oben lang und dann da wieder runter. Das kriegen wir doch hin. Das wäre doch gelacht. Autsch. Kann man hier noch weiter? Da oben ist auch wieder so eine Puppe. Die kann man auch kaputt machen. Wow. Die muss man sogar kaputt machen. Jetzt bin ich mal gespannt, was da drin war. Wir haben die erste noch ganz gelassen. Wir machen jetzt alles kaputt. Randale. Randale und Krawall. Wir waren noch nicht fertig. Okay, jetzt sind wir fertig. Nimm ihn mit. Hup. Hup. Guck mal, jetzt ist die Puppe kaputt gegangen hier. Und was haben wir jetzt davon? Nix. Hm. Okay, gucken wir mal, was uns bei der Tür erwartet. Hup. Boah. Ist richtig stark da, ey. Mit so einem Riesenschlüssel. Hup. Bäm. Tja, jetzt kann ich nichts aufhalten. So. Boah, guck mal. Ich möchte, dass er klatscht. Jawohl. Wui. Voll geil. Ich hab einen Klatscheaffen. Können wir den richtig hinsetzen? Jawohl. Komm, guck mal in die Kamera. Okay, jetzt ist es aber mal gucken, können wir den da oben, wie kommen wir jetzt da oben ran? Müssen wir den da oben ran werfen? Weil irgendwie kommt man ja hier jetzt nicht ran. Und ich sehe jetzt aber auch nichts, was man... Ah, guck mal, wir müssen den echt werfen. Jawohl, komm, komm, Klatscheaffe. Komm, deine große Show. Du hast die Tür aufgemacht. Ey, nicht in Fall. Der will nicht, das wackelt zu doll. Fang an zu spielen. Spiel für dein Geld, du Sau. Ich krieg dir nicht hingesetzt. Näh, näh. Hast du gut gemacht. Applaus gibt's später. Oh nee, da krach ich gleich wieder irgendwo ein. Da knistert und knirscht es. Aber wir müssen den nicht nochmal dagegen werfen, oder? Wir nehmen den einfach mit. Komm, komm, wir gehen. Karlchen, komm, Karlchen, wir gehen. Ey. Ne, Charlie, Charlie heißt der. Charlie, der Affe. Ah. So, Charlie, komm her. Ey. Jetzt sitzt er. Okay. Okay. Eigentlich wollten wir den ja mitnehmen. Komm, wir kommen jetzt mit. Vielleicht können wir den noch gebrauchen. Oh, Raucherhusten. Oder wieder Hunger. Wir haben bestimmt wieder Hunger. Boah. Charlie, pass mal auf. Oh, äh. Ah, ja. Wie soll ich das? Das kann man nicht lieb sagen. Charlie wird jetzt ein Experiment. Okay, da gehen wir lieber nicht durch. Lass uns die Ratte essen, wenn du Hunger hast. Einfach auch unbedingt was zu essen. Weil das dann Kinderalbträume sein. Gehört Hunger da auch dazu? Na, mach an. Okay. Aber ich müsste immer auf die Musik achten. Echt richtig gut. Oh Gott. Wir kacken uns ein. Nein. Nicht kacken. Nicht kacken. Ah. Ist schon Schweißbellen auf der Stirn? Nicht kacken. Guck mal, selbst die Ratte hat sich schon aufgehangen. Vor, vor, vor Bagenkrämpfe. Oh, iiih, du isst doch jetzt nicht da. Du kannst doch jetzt nicht das Fleisch essen. Du weißt doch gar nicht, was das für Fleisch... Du isst nicht. Alter. Oh, jetzt richtig wie Gollum im Käfig. Oh, der Käfig geht doch jetzt zu, oder? Oh nein. Er ist kleine Kinder. Er ist kleine Kinder, Leute. Er ist kleine Kinder. Ich will hier weg. Ich will hier weg. Ich kann mal die Ruhe bewahren. Ich will hier weg. Schnell weg. Ah, warte. Gehen wir nochmal zurück? Leute, ich muss jetzt sterben. Ich will einfach wissen, was der macht. Okay, er macht gar nichts. Können wir da ran? Vielleicht können wir die anderen befreien. Das ist schlau, zu gucken, was der da macht. Boah. Da musst du aber schon schnell sein, ne? Komm her hier. Zack. Geh mal hoch. Ich kann soweit springen. Ey. Warum? Ich höre so ein Knick in der Optik, dass ich das Ding nicht treffe. Ah, guck mal. Wenn wir schwingen, dann sind wir eher an der Tür. Oh, wie es schon wieder so ein MacGyver. Guck mal. Und jetzt kommt der Tipp auch noch. Nachdem wir es schon längst gemacht haben. Wir retten dich, kleiner Junge. Wir retten dich. Hallo? Wie geht's nicht weiter? Wir retten dich doch nicht. Hm, Badewanne. Kommt jetzt hier eine sexy Meerjungfrau? Geh doch durch. Ich bin ja gespannt, was der hier... Der kocht bestimmt Kindersuppe. Oh, da ist er. Er riecht mich. Der ist blind. Der ist blind auf Bädeohren. Guck mal, der hat den eingewickelt da hinten. Warum wickelt der die ein? Der wickelt Kinder ein. Und warum hat er so kurze Beine? Was stimmt denn mit dir nicht? Er ist ein Lilliput. Boah, hier hängen überall, glaube ich, auch Kinder da oben da, oder? Alter, wie er so ein Kopf knackt. Stimmt ja mir nicht, du Lilliput. Mach dich Messer. Er schaut voll ins Knie. Schnell weg. Schnell weg. Oh, der kam mit sein Stummelbeinchen nicht so schnell. Oh oh. Muss ich hier drücken? Halt, nimm die Korbel. Brauchen die Korbel. Schnell. Korbel. 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 Schnell. Schnell. Der kommt. Stummelchen kommt. Stummelbeinchen kommt. Oh nein. Stummelbeinchen kommt. Stummelbeinchen kommt. Schnell weg. Boah, ich will das hier rein. Guck mal, der wirft hier die Schuhe der Kinder da rein. Was stimmt denn mit ihm nicht? So ein Psycho. So ein Psycho-Andreas. Halt, stopp. Bleibt so, wie es ist. Wird sich nichts ändern. Dir passt oder nicht? Werden wir sehen. Ich werde die alle befreien. Echo. Ich habe hier überall Schuhe. Hm. Alter, was geht denn hier ab? Ein Meer aus Schulen. Boah. Das ist eine andere Bedeutung. Oder Auslegung von... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Geh hoch. Und ich spring in das Bällebad. Springen bis das Ende naht. Ich spring... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geh hoch. Was? Das hat mich da unten gezogen. Warum ist er jetzt eigentlich nicht... Warum ist sie jetzt eigentlich nicht? Ich will mal eher sagen. Warum ist sie jetzt nicht da hochgegangen? Hm. Müssen wir jetzt... Warum ist es da jetzt nicht hoch? Man muss halt wirklich echt die geraden Seiten durch Hinger an der Kante. Und deswegen kam es da nicht hoch. Okay, jetzt aber. Das ist das gefährliche Schuhmonster. Schnell, schnell, schnell. Das ist der große weiße Sneaker-Hai. Sneakers-Hai. Nicht Sneakers, sondern Sneakers. Was war das denn schon wieder? Kommt da wieder jemand? Oh nein. Oh nein. Boah, gerutscht immer. Das klappt auch. Okay. Lauf schnell. Stimmelchen. Kommt. Mr. Stummel kommt. Oh mein Gott. Geh weg. Okay, ich glaube, das ist falsch. Obwohl, der ist ja blind. Der kleine Lilliput. Oh mein Gott. Stimmt, der Affe ist weg. Was hast du mit dem Affen getan? Charlie. Nein. Vielleicht kann man, ob es nur der Affe hin ist. Ein Wichtelchen. Oh. Oh. Nein, was? Nein. Nein. Warum? Ich habe sofort los... Wie es aufwacht. Okay, dann nochmal. Ach stimmt, den hat man ja in den Ventilator geworfen. Da hast du recht, Hardy. Da hast du recht. Aber selbst hier ist er nicht mehr. Er hat den Affen entführt. Stell hoch. So. Hau ab, Stummelchen. Mr. Stummel. War sein Name. Ha, 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 ha. So. Und jetzt lasse ich gleich los. Na. Was zum Teufel soll ich da machen? Wieder aufgewacht. Da ist er, der Hübsche. Der Hübsche vom Dienst. Go, 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 go. Go, go, Gadget. Kann ich nicht hier unten rein? Vielleicht geht das auch. Ich weiß es nicht. Höchstens der kommt jetzt hier rüber und guckt da rein. Oh, gefährlich nah, gefährlich nah. Nimm deine Krabschen da weg. Boah, er ist so hübsch. Er ist einfach so hübsch. Aha. Also doch nicht daran hängen, sondern... Da ist der Affe. Charlie. Ich hab dich wieder. Ha. Okay. Boah, ey. Voll die geheimen Tür. Oh. Okay. Hup. Und weiter. Oh, da ist er. Ganz leise. Wir müssen ihn bestimmt mit den Affen ablenken, sonst wären da nicht so viele Affen. Oh, jetzt wieder was zum kaputt machen. Ich hab keine Ahnung, wofür die Dinger sind. Ob die was bewirken. Er ist aber auch hübsch. Was tut der? Finger, Löffel, Löffel. Löffel, Löffel. Er ist schon ein bisschen... Guck mal, wie er auch den Mund offen hat dabei. Löffel. Okay, wir kommen jetzt wieder hoch. Wo geht es hier hoch, hier lang vielleicht? Kann man hier vielleicht gar nicht hoch? Aber hier liegen ja Bretter. Hier geht es wieder hoch. So, Charlie, jetzt kommst du zum Einsatz. Ich gehe da hoch. Das ist schon... Nein! 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 So, jetzt. Charlie. Jetzt aber. Komm, hau ab da, du hübscher, mein hübscher, komm, hau ab, mein hübscher, oh mann, so, mehr, halliopp. Lass den Affen los, oh nein, du blöde Kuh, schnell, 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 okay, das ist aber knapp, komm, lass das da runterschubsen, auf den seine Rübe, das geht natürlich wieder nicht, guck mal, der geht, der geht einfach, der geht, das ganze Wochenende schwarzer Wildschirm und der geht. Zwei Holopuls hab ich, so. Okay. Oh oh. Okay. Okay, irgendwas hier mit dem Stuhl machen. Wegziehen damit das Umfeld. Doch nicht. Hm. Okay, warte. Man sieht's doch hier, hier ist was abgebrochen. Da, die Uhr. Na ja, wir müssen das da irgendwie den Stuhl wegkriegen. Hm. Aber wie? Oder auch nicht. Boah, ich glaub, das war laut. Oh nein. Er sieht uns nicht. Er hört uns nicht. Er riecht uns höchstens nach dem Dünfevollen. Boah. So, hab da jetzt. Wir müssen auf jeden Fall mit Werfen warten, bis es wieder klingelt. Bis es wieder rappelt im Karton. Ups. Komm mal ab da jetzt. Das hat echt viel lange Arme, ey. Das, was Arme zu lang ist, ist in den Beinen zu kurz. Schnell. Lauf, kleine Lauf. Wo der hinten kommt da? Das Monster. Kommt der jetzt auch weiterhin? Oder muss ich hier einfach nur klettern? Oh, das fällt doch um. Das fällt 100 pro um. Ähm, okay. Wo auch immer ich hier hin soll. Können wir da die Lampe? Nee. Puh, dich. Au. Hm. Und was hat das mit dem Klavier zu tun? Achso, können wir hier hochklettern? Hm. Können wir. Hm. So. Okay, da fallen schon die ersten aus dem Schrank. Licht. Okay, jetzt rauf auf die Tasten. Wow. Also irgendwie habe ich es nicht mit Treffen von solchen Dingern. Ich weiß auch nicht, warum. Dieses räumliche Sehen ist heute irgendwie bei mir deaktiviert. Da fehlt ein Plugin. Okay, nochmal. So, jetzt. Jetzt pass auf. Hä? Bum. Der Hübsche kommt schon wieder. Boah, die kippen doch um, ey. Oh, oh. Stümmelchen, was los bei dir? Wen suchst du? Ich muss mal gucken, wo jetzt hier die Dings ist. Die Dings und die Bums. Die, ähm, hier. Die Korbel. Der Controller vibriert. Also, man kann hier hoch. Ah, okay. Da oben ist ein Affe und eine Kerze. Kommt doch eh nicht hier hoch, oder? Oh mein Gott, er kann klettern. Haust du ab jetzt. Werde ich denn jetzt so wieder los? Ja, nehm, das? Ja, nehm, das? Aber jetzt weiß ich trotzdem nicht, wo die Korbel ist. Da. Ach du je. Okay, warte mal. Den legen wir uns schon mal hier her. Und dann locken wir den da raus. Würde ich sagen, mit dem Ding hier. Irgendwie kommt der nicht erst da mit. Können wir da hoch? Ne. Äh. Tja. Auch nicht. Hm. Der Fernseher vielleicht. Können wir den Fernseher anmachen? Ah. Oh nein. Oh nein. Oh nein. ich hätte schleichen soll ich hätte schleichen soll ich hätte schleichen sollen verdammte okay okay dann machen wir das eben nochmal wo es knarscht trotzdem auch wenn ich schleiche na wir gucken mal kocht die da eigentlich ok das sieht gut aus dann korbel mal was das zeug hält oh oh er kommt oh das schaffe ich doch wieder nicht hier und jetzt schnell weg ok hätten wir das auch geklärt ok da dürfen wir bestimmt nicht durch hup kommt der ne oder ok müssen wir irgendwas rüber katapultieren natürlich hier die wie nennt man lore lore das nennt man lore oder attacke natürlich schieben wir nicht weiter sonst sterben wir ist ja logisch wir sind ja nicht wir sind ja nicht wir sind ja erfahrene spieler natürlich müssen wir jetzt nochmal um die ecke rum so na geh hoch da jetzt oh oh die rollt weg die scheiße rollt weg schnell hoch dann rennen wir ja und spring das war knapp fast runter fallen hallo ist da jemand hallo 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 und das war ja gemein dass ich gar nicht ein das zählt nicht Prozent scheiße warum macht er sowas blöder Penner hatte sich mal die Hände gewaschen da war nur eine Ratte, hau ab muss ich dir jetzt wirklich lang schleichen, wenn er nach oben fässt so, Noob Noob, Noob, hau ab Ratte, renn um dein Leben, der isst dich oh 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 lauuuuff ah, natürlich muss man sich ducken, die duckt sie nicht von alleine wäre ja auch zu viel verlangt ach man na, da hat das Echo gerade echt geantwortet so, jetzt aber Ich muss da an die Luke, aber um an die Luke zu kommen. Okay, das kann ich nicht ziehen, aber das hier kann ich da auch nicht ziehen, oder? Ich dachte, ich kann das hier verschieben, aber geht nicht. Oder sollen wir hier ganz radikal... Ah. Oh, oh. Nein! Schade. So. Wir müssen auf jeden Fall die andere Stange da weghauen. Mu-ha-ha. Boah, die haben ihm einfach die scheiß Arme abgesäbelt. Boah, ich glaube, der ist jetzt böse. Der kommt jetzt mit Elektro-Armen wieder. Wie Inspector Gadget. Voll der krasse Typ, ey. Haben wir einfach mal die Arme abgesenzt. So muss das. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020